Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mann im Mond. So wie euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe nicht blöd geschnitten, nein, die Aufnahme ist einfach abgebrochen und keine Ahnung wieso, weshalb warum. Aua, ihr habt aber nicht wahnsinnig viel verpasst, außer dass ich hier gerade von Skeletten zerschossen werde. Ja, Musi hat hier aufgebaut, wir haben aber, ich habe festgestellt, der Chunkloader hier, den werden wir nicht mehr benutzen. Der ist noch am Minern. Ah, jetzt sehe ich auch, dass der Miner hat. Der hattest du reaktiviert, ja? Nein. Nicht? Nein, ich habe gar nichts gemacht, ich habe so reingeguckt. Ja, okay, dann wahrscheinlich, weil du da bist, online bist. Weil der Miner war nämlich hier oben an der Oberfläche, hat sich nicht bewegt und hier stand, was weiß ich, nicht disconnected, sondern hier, ja wie auch immer, unterbrochen oder sowas. Dann hatte ich den abgebaut und dann habe ich den reingesetzt und dann lieber auf mich und der andere immer noch nicht. Aber dadurch, dass du jetzt online bist, geht das wohl. Ah ja. Das heißt, ja. Wie gesagt, ihr habt nicht wahnsinnig viel verpasst. Wir haben hier also halt meine aufgebaut. Ich habe noch zwei Häuser zerlegt. Wir haben also die Integration Blöcke jetzt ordentlich. Wir haben Mabel ordentlich und jetzt warten wir hier noch ab, bis der Kamerad wieder kommt und der andere. Da können wir uns schon fast wieder auf den Rückweg machen. Ich kann aber auch schon mal eben zeigen, was ich noch ausprobieren wollte, was ich ja wollte, euch zeigen wollte und dann auch gemacht habe. Wie gesagt, mir ist leider erst eine Stunde später aufgefallen, als die Aufnahme abgebrochen hat. Von daher ist hier halt ein bisschen was passiert, aber nicht so viel. Und zwar habe ich hier aus Mabel ein Klotz gebaut. Zack. Habe den Sauerstoff mäßig hier mit hinten unserer Anlage verbunden und habe hier den Oxygenzyler ausprobiert. Im Moment hat er keinen Sauerstoff, warum auch immer. Die Kanister musste ich craften. Die hat einiges an Zeit gedauert, bis ich die gecraftet hatte. Deswegen, aber ansonsten habt ihr nicht wirklich viel verpasst. Ich habe mich hier eingeschlossen, meine Maske ausgezogen und das hier Ding hat funktioniert. Also können wir quasi unsere Raumstation aus Mabel bauen, produziert, äh, produziert. Ich habe heute Sprachfindungsstörungen. Wir reden bitte langsam und deutlich. Also, funktioniert. Kann ich also wieder abbauen. Unsere Leitung wieder einsammeln. Und dann können wir schön unsere Raumstation aufbauen. So, wie ich es mir ungefähr gedacht habe. Ach, wieder das haut er mir jetzt kaputt. Die, äh, Leitung. Oh, Sauerstoffleiter. Die scheint aus Glas gefertigt zu sein. Zumindest hört sie sich so an. So. Äh, was habe ich hier? Ein Marble. Ein einziger Marble. So, ich kann mal unter euch in die Kisten gucken. Marble, hier. Ja. Okay, wir hatten ja einiges mitgebracht, aber nicht so viel. Äh, dann. Hier, äh, Diorit. Fast genauso viel. Ein bisschen Limestone, ein bisschen Clay. Erze. Einiges hat Mosi schon in Blöcke direkt umgewandelt. Ich glaube, mit dem Chemie-Reaktor. Ja. Und hier Tin-Decoration-Blöcke. Guckt euch das an. Also das waren jetzt drei NPC-Häuser. Aber ich habe mir gedacht, auf der Erde wird es einfacher, weil da holen wir so einfach in die Kiste rein. Ja. Und dann werden die verarbeitet. Genau. Also hier Tin-Decoration-Blöcke hat hier, die NPCs hier waren ein bisschen spendabel. Ja. Gut. Ich denke, wollen wir direkt auf die Erde oder wollen wir erstmal in den Weltraum? Ich glaube, wir können erst die Station anfangen zu bauen, ne? Ja, wenn wir jetzt mit Marble haben wir jetzt. Marble-Blöcke haben wir auch. Ja, wir haben... Da kann ja auch nochmal einer zurück und irgendwas holen oder so. Auf der Raumstation haben wir ja erstmal ein bisschen was. Also wir haben ja schon unsere Ente gebaut. Ente, 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 Ente. Ja. So. Ich würde sagen, dann können wir jetzt die Miner abbauen und uns langsam auf den Weg machen, oder? Ja. Gucken wir mal, was wir so gesammelt haben noch. Wow. Wir müssen ja eh noch warten, bis dann die Void-Chests leer sind. Ja. Ja. Ah, es ist leider gerade eben erst dunkel geworden, von daher dauert die Nacht ein bisschen. Zombie hinter dir? Ja, ja. Hinter mir ist er gut aufgehoben. Aua. Ich habe ihn doch schon gehauen. Zack. Jawohl. Also für die Mondmobs ist mein Schwert immer noch zu schwach. Ah. Kann ich auch noch nicht one-hitten. Wo kam er denn her? Ja, weiß ich nicht. Kumpel. Oh, Creeper, Creeper. Was? Ich sehe keinen. Hinter dir. Ach da. Nehmen wir den. Bis der andere kommt. Ja. Zack. Von oben. Hat er eins auf die Mütze bekommen. So, da rufen wir die zwei nochmal zurück, ja? Jo, können wir mal machen. Was haben sie uns denn da gelassen? Na, guck mal hier. Der hat was da gelassen. Der nix. Ne, der war glaube ich noch nicht da. Der scheint weiter weg zu sein. Na, ich drück mal auf Recall. Falls es überhaupt geht. Der hat aber 1700 Blöcke gemeinert. Oh, wer haut mich hier? Falle. Komm her, mein Freund. Halt mal die Äuglein kurz oben. Ich packe gerade mal einen Rucksack. So, du bleibst hier. Ja, ich brauche einen mutter. Ah, zu gut. Liegt einer von uns nochmal ein Asteroidengüttel oder so und baut so ein Ding auf. Ja. Kriegen wir alles. So, der eine kommt schon zurück. Und der andere ist auf dem Rückweg. Oder traut er sich? Den habe ich schon Recallt. Aber ich glaube der Strom reicht. Ne, der Strom ist ja, damit wird er wieder aufgeladen. Also solange er unterwegs ist, sollte er Strom haben. Da kommt er. Er kommt. Ach da. Da ist der andere. Sehr schön. Irgendwie fliegen hier XP rum, die sich nicht einsammeln lassen. Ach ja, rennt mal in den Maastro-Miner rein. Warum meint der euch nicht weg? Fuck. Wo war der denn jetzt? Keine Ahnung. Naja, um den Dings ist es nicht schlimm. Der hat jetzt nicht viel mitgebracht. Aber er hier. Warum kann er jetzt nicht andocken? Oh, das ist blöd. Aber irgendwie macht er das. Jups. Ja, ich habe es gefangen. Ich auch. Ich habe mir vorhin erlaubt, den Magneten einzumachen, als ich das Dorf zerlegt habe. Wow. Rock. Einen Rock. Einen Rock. Na, das war jetzt. Hast du ein paar Ärzte? Ich habe ein paar Ärzte, ja. Das ist gut. Oh. Und hier ist schon so ein Zombie. Die hört man aber auch nicht, die Bieste, ne? Ne. Das ist Weltraum und so, ne? Luftleerraum. Mit Schallübertragung und so wird es schwierig. Ich habe das eine meiner Gestellspindel. Das ist ein Spruch gewesen. Gut. Die Watchers könnten auch eine Tick schneller sein. Na ja, besser wie gar nichts. Ja. Gut. Kommst du im Moment alleine klar, dann bringe ich die Sachen schon mal zurück. Und verteile es in die Kisten. Ich habe ja auch noch ein paar. Ach, du hast auch Solarpanels, ne? Einstecken. Kann sein. Magnet habe ich noch an, ne? Ja, ja. Magnet habe ich noch an, ja. Noch ein paar Zombies klatschen. Vorhin war einer fies im Dorf. Hat mich geschlagen und ist direkt wieder abgehauen. Echt? Ja. So nach dem Motto. Elch, ich hau dich und du kriegst mich nicht. Und, hast du ihn gekriegt? Na klar. Na klar. Äh? Rechts von dir steht ein Creeper. Was? Der stand gerade hinter dir und ist gerade weggegangen. Okay. Ach nee, das bist gar nicht du. Ich glaube, wir haben gerade Energieprobleme hier. Echt? Mhm. Wir haben doch gar nichts verbraucht, oder? Ja, aber ich habe gerade gesehen, dass die, äh, die Blase im Garten, dass die zappelt. Ah. Ähm, Limestone. Oh, das dauert noch ein bisschen, glaube ich, hier. Ähm. Wo war denn jetzt die Ärzte da? Äh. Äh, äh. So, gut. Das ist die Raketenkiste, das ist die Fackelkiste, das ist die Ärztekiste. Pack ich mal in die Ärztekiste die Solarpanels und die Kabel mit rein und meinetwegen auch die Astrominer. Pack ich mal alles da rein. Ja. Ja. So. Dann ist die voll. Warten, Flasch können wir eigentlich hier lassen. So. Eine leere Batterie habe ich, die kann ich nochmal aufladen. Ja, das kann man alles hier lassen. So, die Batterie ist voll. Machen wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Ich hoffe, es wird gleich Tag. Ich habe keine Lust, im Dunkeln die Raketen aufzubauen. Nee, das wäre blöd. Und ich will mal ganz schnell einen Schokoriegel, ich habe irgendwie Lust auf Süßes. Jawohl. Ja, ja. So. Hm, 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 hm. So. Hm, hm, hm. Hm, hm. so eine ist gleich fertig das marble gebäude können wir hier stehen lassen ja nicht stören obwohl was soll es muss mein hammer genau was wir damit haben haben wir mit sind wahrscheinlich dann genau die marbles die gefehlt hätten noch so ein creepy die marbelküste auch voll jetzt auch gleich fertig die zweite ist immer noch ob das der terraformer der einbricht aber dann wenn der holzfäller fällt jetzt müsste sie gleich wieder wachsen oder auch nicht jetzt dann fange ich schon mal an einzupacken wo ist meine axt gleich da ist meine axt das ding kann ich einpacken ja von diesen iron dingern haben wir jetzt zwei stacks warmeteor iron das wird hoffentlich lang ja die sandmeteor iron ok so ach guck mal wir haben ja hier noch startplätze genau naja skeletten ist gut mach mir keine löcher in meine plattform mit deinen komischen pfeilen mit deinen komischen pfeilen mit deinen komischen pfeilen aua so bei den creepern aufpassen ja dass die uns jetzt die raketen sprengen ja das wäre auch cool das stimmt voll so haben wir gleich wieder schwere losigkeit habe ich eigentlich mancher pick mit ich werde das glaube ich mal anziehen habe ich das hier auf dem mond schon ausprobiert das weiß ich nicht ich glaube nicht boah ist das hoch wo das denn ist doch ein dach gelandet oder was ja aber das jetpack das ist müll aber andere jetpacks haben wir nicht ne weißt du nicht ich glaube nicht ne ich glaube hier höre ich irgendeine spinne ja ach du bist du da drin immer noch ein tag ja komm ich baue deine rakete auch mal auf das meint dann stehe ich hier nicht so sinnlos rum oh creeper creeper ist nicht lustig komm her ja 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 ja